Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Noxer 05. Ich spiele diesmal etwas Neues, und zwar Hide & Seek. Das ist auf einem weiteren Server. Die Server IP werde ich in der Beschreibung verlinken. Und zwar ist das, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, verstecken und gefunden werden. Man ist halt ein Blog. Ich zum Beispiel, wie ich jetzt schon zum dritten Mal mache, Bücherregal. Das wird dann nachher oben noch angezeigt, und es dürfte jetzt losgehen. Genau. Und hier sind halt ganz viele andere Blöcke. Man muss sich halt verstecken, und da gibt es halt Typen mit einem Eisenschwert und... Ja, halt mit einem Eisenschwert und... mit einem Steinschwert und einer Eisenrüstung, sorry. Oh ja, Bücherregale. Ich bin auch ein Bücherregal. Äh, hier will ich hin. So, sieht das gut aus? Ja. Ich bin Bücherregal, man. Wuuu. Nein, komm. Setz den Block hin. Und, äh, Highland Seek ist zwar, ist jetzt, äh, vor allen Dingen dafür gut, dass man, ähm, halt über irgendwas labern kann. Ähm, ich hab ja in dem vorherigen Let's Play von Conquest, ähm, auch schon ins Ende gesetzt, ist, dass ich bald wieder mit, äh, Resnov, also, ja, mit Resnov, mit OrcaConnel 1 aufnehmen werde. Und zwar auf dem Server, denn wir haben ihn erneuerts, und da ist noch ein Steinblock. Äh, wir haben sehr viele Sachen neu gemacht. Um ehrlich zu sein, haben wir den ganzen Server neu gemacht. Wir haben eine neue Welt eingefügt, und so weiter und so fort. Äh, ja. Ja, und wir haben halt schon ganz viele Eisensachen, haben auch schon Dias gefunden. Ja, ich hatte auch schon eine Dia-Pick-Ex, aber die ist leider wieder Schrott gegangen. Und natürlich haben wir dann auch ein Neta-Portal, voller Eisenrüstung und so weiter. Ja, ich hab auf meinem Dia-Schwert 29 Level verzaubert, wunderbar, Stärke 3. Werdet ihr dann, oh, da kommt jemand. Werdet ihr dann auch sehen. Warte. Kommt der da rein? Oh, da ist jemand. Oh, ja. Leute, ihr werdet euch so wundern, wie ich hier gerade zoome. Ähm, ich hab mir einen neuen, oh, 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 oh. Einen neuen Mod installiert. Ähm, mit dem man das halt machen kann. Das ist ganz stumpf, einfach der Zoom-Mod. Und der schlägt ja schon auf die Bücherregale ein. Ah, ich bin tot. Ja, der ist schlau. Ich bin tot. Ja, Leute, 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 nein. Nein. Ren, nein. Nein. Ah, jetzt bin ich aber auch so einer. Okay, wo geht's lang? Lol. Wo kann man hier lang? Äh, lol. Ah. Okay. Und ich weiß jetzt, wo meine Kollegen hier in dem Haus sind. Also, Bücherregale wurden ja schon abgeklappert. Ich geh dann mal am besten ins nächste Haus. Oder ist hier oben vielleicht noch der Steinblock? Ah, nee, das ist keiner. Hier, die Werkbank vielleicht. Oh, okay. Okay. Nee. Gibt's Holzblöck zur Auswahl? Nee. Ah, das kommt mir doch hier alles sehr verdächtig vor. Ein Typ, der sich keinen Skin leisten kann. Ja, schicke Eisenbahnstrecke. Ja, Leute, und ich hab jetzt einfach mal eine Runde High and Seek gespielt, weil ich wieder Videos brauchte. Ähm. Wieder Material. Und es sind ja auch gerade endlich Osterferien. Endlich. Ist hier vielleicht jemand ein Amboss? Ist hier jemand ein Amboss? Nee. Was? Äh, lol. Voll krank, erst was. Ist hier vielleicht noch jemand ein Bücherregal? Hier. Ah, da hätte ich auch irgendeinen können. Okay, hier ist keiner mehr. Äh. Okay, Voller sind voll Raum. Äh, okay. Geht's hier noch wieder raus? Ja. Aber ich glaube, ich find hier jetzt auch gerade keinen mehr. weil meine Kollegen hier auch gute Arbeit haben. Machen. Es gab doch auch Steinblöcke zur Auswahl, wenn ich mich nicht irre. Es gab Steinbücherregal und noch irgendwas anderes. Aber die sind natürlich so schlau und verstecken sich ja alle in den Häusern. Komm schon, ich muss hier doch noch jemanden finden. Wo? Ha. Der ganze Server ist hier halt, ähm, komplett auf Englisch. Deswegen war ich hier nicht gerade schon. Nicht wundern, also, naja, der ganze Server ist halt auf Englisch. Deswegen muss man Englisch können, nicht so wie ich. Hier noch was. Hey. Ha, ha, ha. Habe ich Musik eigentlich? Ja, ich habe Musik geradeaus. Warte, ich kann gerade mal. Voll cool. So. Ja, da ist vorbei. Okay, Leute, ich verlinke, ich verlinke die, ähm, Adresse in der Beschreibung. Und dann bis dann, wir sehen uns in einem weiteren Let's Play von Noxner 05.